Oh, hab ich versehentlich wieder eingestellt. Ah Mann, jetzt. Ich hab' da mal so einen Ruhigenkopf. Oh, komm. Ich hab' da mal so einen Ruhigenkopf. Nicht billig, aber auf jeden Fall okay. Holstein ist ja... Mir gefällt ja Holstein. Das ist ja meine Heimat. Und auf Holsteins Herz ist die Organisation vom Kreis. Oder sagen wir mal an den Kreis angebunden. Und gerade vor kurzem gehört der Drang Dübels. Oh, die haben ja auch was für Holstein übrig, ne? Na gut. Holstein, die Röbt, haben die auf dem Händen auf dem Ding stehen. So, du, n, warte, n, ne, klein oder na. Ja klar, okay. Kommen wir aus Egeberg, kurz ein Stück. Schwer übergeben, bitte gehen wir zum kleinen Rönno. Hier so ein bisschen was zum Ausruhen. So, oh ja, feiner Stein hier. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das wollen wir doch alle, ne? Na gut, kommen wir wieder im Kreis an Rönno und wieder im Hinter. So, Räucherkarte. Oh wow, das war nur ein Schild dafür, aber na gut. So, was macht der Sinn? Oh, da wohnt ein Andreas Kruse Maler meistens. Ich kenn auch ein Andreas Kruse Maler, aber da ist ein Seegeberg. Oh, da war's auf der Seite. Oh, mein, der geht um, plat, 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 plat. Einer here. Den hatte ich glaube ich mal ein bisschen zusammengearbeitet, als er bei meinem Vater gearbeitet hat. Artur Heybech, Kanal und Straßenbau. Oh 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 oh, Unfall, was da passiert? Franks Blumenwiese, sieht ja nett aus, früher war das nicht so nett. Oh meine Güte, da kommt immer Erinnerung auf hier. Da drüben die Bäckerei. Brüder war das mal früher. Brüder, die Tochter, mit der bin ich mal zusammen auf den Städtischen gegangen. Oh oh oh, feines Anlage, das ist auch mal die Antik-Truhe gewesen. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Achso, Wohngefühl, Wohngefühl. Und hier muss ich rüber. Achso, noch mal kurz zu Brüder, zu meinen 40. Äh, nein, 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 mein Vater ist 40. Ich glaube, da war ich bei der Bundeswehr, Marine. Und die haben mich nicht loslassen, weil ich noch in der Grundausbildung war. Ja, da hat mein Vater schön, ne, irgendwas stimmt mir denn gar nicht. Auf jeden Fall ein volljähriges, irgendwie so, ne. Ein Dekadenfeier zu Hause mit Wildschweinbraten und so. Feine Sache. Den Wildschweinbraten, den haben die Rüders uns hier an der Backstube fertig gemacht. So, oh oh, feiner Trecker da drüben. Oh, jetzt ist es erstmal. cl Find هذا. ganz schön, Quampicos. Und da. Oh, nein. Vielen Dank.